Warum nicht? Mehr Effizienz und mehr Haltbarkeit Und das für 3 Level Und ne Glücksspitzake wäre hätt's gedacht Wir haben ne Glücksspitzake So Das war's aber dann wirklich Obwohl ich Nee, warte mal Ich würde eigentlich noch nen Pokémon Kampf machen Also warte, warte, warte Ach, wir müssen mal ganz kurz schauen Denn ich glaube hier gab's ja noch Sonderbonbons Clear? Back? Sonderbonbons Sonderbonbons Ähm Sonder Ja Set Item Sonderbonbons Goldener Apfel, Glowstone Staub Und Zucker Zufällig alles Dinge die wir haben Gold haben wir ja gefunden durch den Mod Das heißt die kann man auch mal benutzen Äpfel Mö, ich sag's gerade wieder Äpfel haben wir ja sowieso Bloß da grad nicht Dann haben wir halt die zwei hier Und Glowstone Staub hab ich ja gerade gefunden Und Glowstone Staub hab ich ja gerade gefunden In Form von Glowstone, den ich grad nicht mehr sehe Glowstone Staub So, dann machen wir die Äpfel mal golden So, dann machen wir die Äpfel mal golden So, dann machen wir die Äpfel mal golden Goldig So Und dann fügt man auch Glowstone Staub Und Zucker brauche ich noch Und Zucker brauche ich noch Und Zucker brauche ich noch Glowstone Staub Und Zucker hinzu Tadaa Yey Dieser Sam ist Level 7 Ekelsam hat's gelernt Und Schauen wir mal irgendwas finden Was denn die Low Level hat Das Schaf zum Beispiel Wo ist das hin Wo ist das hin? Ach da Ah, hier muss ich genau drauf werfen Du hast Taubes angegriffen Komm, Tackle Aua Gibt's super effektiv Gibt's super effektiv Aua Tickle 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 E-Fu-Supp? Wie dachte ich, Pokéballer? Po-ke-ball Angel Okay Winem will du nicht Turnier? Rosa wie da ist Emmanuel E-Fu-Supp Estamos 2 WLAN WLAN 3 Ach, hier bin ich, okay. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ich lauere mal zurück, heile mal ein bisschen zusammen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann müssen wir versuchen, wenn wir das Pokémon eventuell ein bisschen... Ich hab... Nein, wir sehen uns nicht beim nächsten Mal. Nein, ich will das Pokémon jetzt hochkriegen. Nein, ich mach jetzt das Pokémon hoch. Das ist mir egal. Ich hab die ganze Reise jetzt auf mich genommen, um dieses Pokémon zu trainieren. Und ich will jetzt dieses Pokémon nach oben haben. Ich will nur noch keine Äpfel mehr. Ich frage mich allgemein, warum müssen wir nichts zurückhaben? Dann mach ich mir halt Äpfel. Äpfel, 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 Äpfel. Da füllen wir einfach nur das Holz, das ist glaube ich ein Eligenter. Ja, die kommen ja eh dann nach einer Weile. Die kähe nach einer Weile. So. Lalalalalalalala. Alter, die sind so hochwertig die Pokémon. Animation Level 12, Level 18. Level 6, gegen das könnte ich kämpfen. Ja, also. Das wäre bereits jetzt ein Kampf. Tackle. Faden Schuss, okay. Kampf. Tackle. Okay. Und Tackle. Yeee. Er hat no Effekt. Wir sagen, wir use Tackle. Wir haben halt feintet. Und Level 8 gekommen. Welches Level hat das? 18? Ne danke. Ja, langsam. 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 Levelt sich's. Ich würde gerne noch einen Apfel finden. Ich würde gerne noch einen Aufmerksamkeit haben. Ich würde gerne noch einen Aufmerksamkeit machen. Und dann wäre es noch ein paar Mal. Wir haben noch einen Aufmerksamkeit. Und dann wäre es noch ein paar Mal. Immer noch kein Apfel. Kann ich ja richtig die Viecher mal anpflanzen? Super. Level 11, da ist unser Level 8 noch nicht so gut. Jetzt 33, na klar. Gegen Lediana haben wir auch keine Chance. Aber ich kann es nicht so gut aus. Obwohl ich probiere es einfach mal. Wenn es jetzt mal wieder zusammen geht, muss ich wieder den ganzen Weg zurück latschen. Und das ist auch doof. Ist auch doof. Ist auch doof. Und dann haben wir lieber noch ein bisschen Holz und eventuell... ...bekommen wir dann dadurch... Nein. Ein Ladybar Level 16 ist auch zu hoch, viel zu hoch. Lalalala, Magikar PSV und Aua. Mir ist zwar nichts passiert, aber Aua schreien ist auch richtig, ich weiß was. Das muss einfach sein. Der Magikar PSV und zeigt mir. Vielleicht will ich hier noch welche Pokémon gegen dich kämpfen können. Auch sich in der Nähe, die sind aus kleinen Kippen. Stimmt, gegen Kabadoskäpp ist eigentlich ziemlich intelligent. Ach, was wirklich schwerer ist denn jetzt? Kampf, Tackle... Tackle... Okay, ich hatte wirklich nicht während dessen... Interessant... Okay, Kampf, Tackle, Kampf, Tackle, Karbato kann halt nicht auf dem Level, außer Börtscher. Juhu! So kann man trainieren, sehr gute Idee. Lv 26 Golgini ist hier übrigens so ne gute Idee. Könnte böse enden. Aber der da ist ne gute Idee. Ich hoffe, der kann auch kein Tackle. Blatscher, okay. Kampf, Rankenhieb. Ah, sehr effektiv, stimmt. Kampf, Rankenhieb. Juhu! Und da ist unser süßes, ich mach mal wieder den Shatter an. Da ist unser süßes Schnuckelchen Schwule, der will ziehen. Unser kleiner Liebling, der Fratz der Süße. Na Schnuckel, wie geht's dir? Ich müsste echt davor schneiden, jedes Mal. So, jetzt. Es ist wirklich zu den Hingehen. Ich muss sagen, hey du! Ich muss sagen, hey du! Ich muss sagen, hey du! Und da habe ich Weberack gefunden. Ah, Weberack, kennen wir ja schon. Weberack hat sich angegriffen. Ich muss sagen, hey du! Beide, ich muss sagen, Herratt! Oh, das ist vorhin! Ich bitte! Aber ich muss sagen, Herratt, du hast es zu arm angehe! Sie müssen hier aufhören. Ich muss nicht mehr aufhören. Das Verfolgen dieses Viehs gleicht gerade ein. Wo ist es hin? Alter, komm her! Ist das ein Witz? Okay! 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 Ich muss sagen ihm! Oh! Uncool! Na ich probier's einfach mal! Was haben wir gerade gemacht? Das ging daneben! Ach, Superscharm! Lol! Oh, ich bin weg! Oh! Oh! Es ist weg! Oh! Oh! Oh, ich muss nicht weg! Was ist das so weg?! Oh, ich bin weg! Oh, ich bin weg! Also rein theoretisch. Aber irgendwie... ...nicht so wirklich. Vielleicht doch zu viele Tiere hier in der Nähe. Ah, was ist das? Ihr könnt das nicht mehr. Jawoll, gefunden. Kampf, Tackle! Oh oh. Tackle! Okay, Fadenschuss. Juhu! Machen wir zusammen noch drei Leben. Ich, äh, muss zurück. Oder auch nicht. Kamador, Kampf, Tackle! Kampf, Tackle! Kampf, Tackle! Echt? Zweimal roten Fisch, weil ich Kamador gekillt hab? Looooool. Oh, weg hier. Wenn ich mich angreifte, dann war's das. Für mein armes Bisasamen. Was ist das? Was ist das? Wie klein ist? Sehr schön. Na gut, diesmal mach ich wirklich ne Aufnahmepause. Wir haben's jetzt ganz schön gelevelt noch. Auf Level 12 hoch von Level 5. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. Und nächste Folge, mal gucken was da passiert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Adios. Tschüss! Tschüss! Übel